ich hab schon wieder die nächste folge angefangen ich hab hier hin ja ich hab mal eben den exit aufgemacht aber es alle war ich weiß ich hab ein nächstes secret das ist schön für dich bombensequenz bombensache du das ist auch immer derselbe code glaube ich was nein die codes sind random also vollkommen zufällig schade, nur nen trank gekriegt ja und nur nen trank gekriegt zu jemanden mit 39 hp und 125 mana ist aufgemacht ja ja wir haben doch den müsste wenn dann müsste ich ja gott hat sich jetzt beinahe total verpeilt dass hier sowas ist das ist auch noch ein knopf und hier ok ich bin jetzt die tür aufgegangen what the fuck Sollte nicht auf die Karte gucken. Mag die Dinger nicht. Komm schon. Zieh durch. Oh Gott. Fuck. Ist er hier? Ander Passage. Praktisch. Und noch mehr Kneter. Du kriegst einen Durchgang und du kriegst einen Durchgang oder was? Das ist schlimm. Ich glaube, ich gehe noch mal zu dem... Hier oben? Innen-Typen. Kommt man da eigentlich rein? Hier durch? Nee. Wird mir nicht angezeigt. Für das müssen wir erst in die nächste Ebene. Eigentlich. Aber geht noch mal Damage einkaufen? Oh ja. Oh ja. Äh... Bau-Pen. In jedem Fall. Damit haben wir nicht mehr genug. Die Souveränter will jetzt durchbissen, ey. Unglaublich. Ja, lass uns jetzt in die nächste Ebene. Das ist der Exit. Nein, du hast den gefunden. Nein, ich habe den Exit freigegeben gefunden. Dann habe ich einen Scheißen-Trick. Ich habe es nochmal da unten. Ja, hier. Nichts von mir. Auf nach Ebene. Wir haben ein Auge vergessen. Pass auf. Wir haben einen Schlüssel vergessen. Wartefuck. Ah, das beißt. Und Gold. Da hat sich auch noch eine Goldmünze. Ach, ist egal. Peanuts mittlerweile. So, nächste Ebene. Party. Oh ho 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 ho, der war knapp. Meinste. Wartefucker. Hahaha, er muss da packen. Fäckt mich. die blume ist hinter der goldtür ist jetzt alter ich sei hier wird das stürm der robbers weg ich glaube ich dir sogar mal wieder op ist aus genauso wie deine andere klasse der magier hier heißt es fickt dich das ist strom bei anderen ließ es wirklich ich hab'n feuer ich könnte noch ständig was auch keine schlechte sache ist also jetzt ist so ein raum halb von ein paar sekunden das problem ist wenn du den scheiß an was kannst du nicht wirklich stehen bleiben was seien zu sammeln gerade was gesehen was hast du gerade gesehen da haben wir ein paar rote augen durch das regal angekuckt so machen den augen sowas keine ahnung das ist zu irgendeinem viech gehören was hinter der morg gammelt ich weiß es nicht ich weiß nicht wo ich bin was hast du angestellt habe ich den gang denn jetzt freigelegt bist du irgendwo unten links ich hab'n fach mal ähm ähm nova gecastet auf einmal sehe ich bam neben mir irgendwo mitten in der wand fängt der gang an mhm what what geheimgang zeption und zum fick bist du wir das erst mal angucken hier hier war ein bronzer key drin genau da genau da oliver ich werde mal rein gelaufen alter noch ein geheimgang wow das sag ich doch geheimgang zeption au i fucking hate this blume blume schick dich blume gold gold ein locker ein schützt 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 und das heißt klappt und besonders doch eine bombe doch noch ist es noch eine bombe ja blume tot das nächste ding tot ich habe einen dinge gefunden ich habe den jackpot aktivieren oder nicht halt ruhig du bist fast tot sehe ich was hast du denn gekriegt feuer das ist einfach am besten ohne zu sterben jetzt 10 plus mal hat hat so viel kohle Guck mal, wie ein Händler gebrauchen. Schon sagen, die Ulti von dem Ranger mag ich. Macht richtig Spaß. Ist nicht so ein Gammelscheifel mit dem Parler. Hey, ich heile dich, wenn du stehen bleibst. Voll loslassen. Waaah. Was kann ich denn hier abschließen? Sitter. Boah, töte es mit Feuer. Feuert auf, wenn es und töte es dann oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, wovon du redest. Oh, hier. Wo ist hier? Oh. Eigentlich gehofft, dass das irgendwie was anderes aufmacht, aber... Waaah, fuck you. Oh, no, 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 no. Aha, Blune, tr up und post. Ich habe keinehleh sticking. ich weiß nicht wo du willst doch nicht ich auch nicht dass ich gleich gott oben anklopfen schon wieder war der knapp noch eine vendor coin und noch mehr toter auge ganz ganz viel davon mal sagen wir sagen wir uns zum nächsten mal bei den flachpfeifen durch die bibliothek kommen wir so schnell nicht durch die map dauert echt ewigkeiten ja auch riesig hier ist ein knopf innen habe ich schon gedrückt regt sich mal hart um bye 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 bye